hallo heute mal was ganz anderes heute geht es um den abriss vom Toilettenhäuschen am Waldgeld das Toilettenhäuschen ist zwar von Falle aber ich glaube der Maßstab der war mir irgendwie verkehrt ich glaube das ist wohl 1 zu 150 oder so ähnlich also für diese Anlage und auch die kleinen Figuren die daneben stehen ist mir das Toilettenhäuschen zu groß und passt nicht so richtig also wird das Toilettenhäuschen heute abgerissen es wird nicht gesprengt oder sowas sondern hier kommt die große Hand von Goliath und greift das Häuschen habe ich schon früher gelöst und zack verschwindet das Häuschen und natürlich müssen die Reste auch beseitigt werden dafür kommt eine Neuerwerbung hier ins Spiel ich glaube zwei offene Brüderwagen für den Spott werden verlangt so 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 der Adress ging geschmert vonstatten und das wird auch Zeit für ein neues Gebäude die Baunusarbeiter hier und die Einwohner von Zeitkirch das ist ein Trinkbau dieses Holz und das kommt eine Trinkhalle von der Kassenthalter von der Kassenthalter und dafür wird gleich noch ein Bierwagen die Trinkhalle muss auch gleich bis jetzt kommen und jetzt kommt wieder die große Hand die Roh Talking und die Prinkhalle ist ein eigener Platz und die ersten Stetten die der die der Kassenthalter 5 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 6 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12